Hallo und herzlich willkommen zu den lustigen Duos von Anselma Veit. Bevor es losgeht, probieren wir noch kurz, ob das Rohr auch noch gut kräht. Ja, das kräht noch super. Und jetzt stimmen wir noch mal kurz. Spielt mit mir zusammen einen D-Moll-Dreiklang. Ein D, ein F und ein A. Da. Perfekt. Dann kannst du losgehen. Ich spiele zuerst die obere Stimme. Ihr könnt mit mir zusammen spielen und danach spiele ich die untere Stimme. Dann können wir im Duett spielen. Viel Vergnügen! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020